Ja, ich bin ganz froh, dass ich da sein darf, dass ich euch, ich hoffe, das ist okay, wenn ich euch jetzt mit du anspreche, weil in dem Thema, um das es geht, ist eine persönliche Beziehung relativ wichtig. Ganz kurz zu mir, ein Begriff, auf den ich relativ stolz bin, den ich bei uns in der Firma, ich arbeite bei der Continental AG seit ungefähr 31 Jahren, bald 32 bekommen habe, ist Trusted Irritator. Also in meiner Keynote werde ich vielleicht ein bisschen sehr schwarz-weiß Dinge aufzeigen, werde vielleicht auch einen Finger auf bestimmte Themen deuten, um sie einfach sauber rauszuarbeiten, sauber in Form von deutlich machen. Also bitte nicht irgendwie persönlich zu sehr angesprochen fühlen, aber doch so weit, dass es wirklich vielleicht eine Initiative ist, sich mal selber auch in der Form zu hinterfragen. Ich bin jemand, der sehr, sehr viel unterwegs ist in verschiedenen Abteilungen. Man nennt sowas bei uns Crossmover. Also ich habe ursprünglich in der Elektronikentwicklung angefangen und bin inzwischen seit elf Jahren in der Personal, Konzernpersonalentwicklung in Hannover bei der Continental AG mit den wichtigsten Themen, digitale Transformation, New Work, Leading Change heißt es bei mir, nicht Change Management und natürlich das Thema Enterprise Social Networking. Ich fange mit einer Folie an, um einfach die Dringlichkeit für eine Veränderung von Lernen jetzt nochmal klar zu machen. Den Begriff VUCA mag ich eigentlich überhaupt nicht, aber der steht einfach für das, was wir heute erleben. Und der Grund, warum wir so verändert unterwegs sind, ist in meinen Augen einfach der, wir haben unsere Werkzeuge, vor allen Dingen jetzt, ich kann natürlich aus unserer Erfahrung sprechen, im Automotive-Bereich extrem geschärft, also unsere Axt, mit der wir unterwegs sind. Ich würde sagen, die ist inzwischen eine Motorsäge. Das heißt, in einem Wald sind wir maximal effizient, wir sind maximal produktiv und können in diesem langsam wachsenden, stabilen Wald, ich nenne den mal Management, hervorragend arbeiten. Das Dumme an der ganzen Geschichte ist, all diese Prozesse, Werkzeuge, Methoden, die wir über die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht sogar optimiert haben, helfen uns auf diesem Schiff hier nichts. Und für mich ist aber dieses Schiff eigentlich eine Darstellung von der Welt, in der wir heute leben. Da gibt es Orkane, da gibt es große Wellen, wir wissen nicht, wie viele Inseln da sind, wir wissen nicht einmal so ganz genau, wo es hingeht. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man hat diese hocheffiziente Axt oder diese Motorsäge und ist mit dieser Motorsäge jetzt auf einem völlig anderen Planeten oder auf einem anderen Fortbewegungsmittel, könnt ihr euch vorstellen, damit kann ich meinen Mast absägen, aber das wäre nicht wirklich hilfreich. Ich arbeite gern mit Bildern und deswegen versuche ich euch da wirklich auch ganz dringlich hinzuweisen drauf. Wir haben völlig veränderte Rahmenbedingungen heute. Die Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie wir lernen, wie wir Veränderung begleiten, wie schnell das geht, mit wie vielen Leuten das passiert. All das hat sich dramatisch geändert. Und trotzdem sind ganz, ganz viele von uns noch mit exakt den gleichen Erfahrungen, Werkzeugen, Prozessen und Methoden unterwegs. Und das, glaube ich, macht klar, wie dringlich es ist, diesen neuen Lebensraum, in dem wir gerade sind, dieses neue Arbeitsumfeld, die neuen Werkzeuge, die wir da zur Verfügung haben, zu lernen. Und das ist natürlich etwas, was ich sehr, sehr oft erlebe, ist schwierig. Ich habe in den letzten zehn Jahren einige große globale Projekte gemacht. Wir haben bei uns Enterprise Social Networking eingeführt. Da haben wir alle möglichen Awards dafür bekommen, weil wir es relativ, weil wir es sehr anders gemacht haben. Ich habe selber als einer der Projektleiter 2016 bis 2019 unser Office eingeführt. Wir haben 25 neue Tools installiert im laufenden Betrieb. Wir haben sechs Monate lang jeden Tag 1000 bis 1500 Leute migriert im laufenden Betrieb. Und das Ergebnis davon, 71 Prozent der Kollegen waren danach sehr oder zufrieden. Nochmal weitere 20 Prozent haben gesagt, okay, nicht negativ. Also über 90 Prozent waren nicht negativ. Und das ist, glaube ich, ein Ergebnis bei einer globalen, wir reden von 60 Ländern, in denen wir unterwegs sind, 180.000 Leute, die betroffen waren. Von schon einem Ergebnis, das jetzt nicht den typischen Gartner widerspiegelt, 60 Prozent solcher Veränderungen scheitern. Wir haben vom Provider eine Rückmeldung bekommen, also teilweise bis heute in einigen der Tools. Wir haben die höchste Nutzungsquote, die Sie je gemessen haben. Also die Werkzeuge werden auch verwendet. Und wir können natürlich intern auch sagen, ziemlich sinnvoll. Und der einer der Trainingsprovider, wir haben ein globales Guide-Netzwerk aufgebaut mit 1800 hochmotivierten, selbst nominierten Change Agents, nennen wir die, also digitalen Vorbildern. Und dieser Trainingspartner hat für uns diese Lernreise mitgemacht, mit Trainern. Und der ist rausgegangen, der hat selbst Videos gedreht drüber und hat gesagt, das war Once-in-a-Lifetime-Erfahrung. Also das war natürlich für uns dann schon ein Hinweis zu sagen, okay, das, was wir da machen, ist nicht so ganz verkehrt. Um es nochmal auch ganz konkret zu machen, man kann sich, wer von Ihnen schon mal solche Projekte gemacht hat oder von euch, der weiß, dass es so typische Schwierigkeiten gibt. Eines davon ist, wie kriege ich denn dafür für 25 neue Werkzeuge, also inklusive Umfragetools, inklusive Videokonferenzen, jetzt reden wir ja von vor vielen Jahren. Wie kriege ich dafür eine Konzernbetriebsvereinbarung? Wir haben auch hier das Thema Lernen, Support, Transparenz, Beteiligung, eine andere Art von Führung von Anfang an gelebt. Und das Ergebnis war, dass wir rausgekommen sind mit einem Manifest, also einer Vertrauensvereinbarung, in der quasi generell alle Tools freigegeben sind und geschrieben wird, wie wollen wir denn in Zukunft arbeiten? Und der Weg dahin natürlich ist gemeinsames Lernen, also eine andere Form von Lernen. Ich nenne es auch gerne Lernen und nicht Training, ohne zu sagen, dass Training schlecht ist. Jetzt mal die Frage kurz reflektieren, wenn ihr den Begriff Lernen hört oder lebenslanges Lernen, ich mag den auch eigentlich nicht so gern, weil lebenslang klingt so ein bisschen wie Knast, also wie Gefängnis. Aber Lernen, mit was verbindet man das? Was für Erfahrungen habe ich, wenn ich das Thema Lernen habe? Einfach mal kurz drüber nachdenken, welche Sachen kommen da hoch, welche Begriffe kommen hoch? Wenn man dann gefragt hat, wie lernt ihr, merkt ihr schon, da entsteht Diversität. Diesen One-Size-Fits-All, alle lernen gleich in einem Trainingsraum vor einem Trainer oder sowas, das ist nicht schlecht. Aber das deckt jetzt eigentlich nicht, wenn ich die individuellen Wünsche oder Lernpräferenzen annehme oder respektiere, kann es das nicht abdecken. Lernen kann aber auch was ganz anderes sein. Ihr habt selber schon geschrieben, wie ihr es gerne wollt, wenn ihr euch jetzt mal eure Kinder anschaut, wenn ihr welche habt. Oder geht mal in einen Kindergarten oder irgendwo an einen Spielplatz. Da ist doch Neugier, da ist Begeisterung, da sind die Kinder zusammen. Die haben Mut, etwas auszuprobieren und obwohl sie wissen, dass es nicht geht oder obwohl die Eltern sagen, darfst du nicht. Das hat was mit Glücksgefühl und Freude zu tun. Schauen wir uns das nochmal an, weil das ist für mich eine ganz essentielle Frage. Wir haben in der gleichen Firma, teilweise in den gleichen Abteilungen, Leute drin sitzen, die sagen, ich kann es nicht mehr aushalten. Es sind mir zu viele Dokumente, schon wieder ein neues Tool. Jetzt muss ich das auch noch lernen. Es ist ein Wahnsinn und das alles unter Zeitdruck, on top und so weiter. Und nebendran sitzt jemand, der sagt, ist das toll. Hast du das schon gesehen? Oh, hier gibt es was Neues. Jetzt gibt es die neuen Gläser mit Video und jetzt gibt es VR und was weiß ich was alles. Ich will mehr davon. Ich kann es gar nicht mehr erwarten. Das Ergebnis, wenn ich das auch wieder mit dem Projekt reflektiere, unsere IT damals, wie sie angefangen hat, haben sie gesagt, wir müssen diese 25 Tools reduzieren. Das schaffen unsere Leute nicht. Das ist zu viel. In Wirklichkeit haben sie auch gesagt, wir schaffen es selber nicht. Der Betriebsrat hat gesagt, hey, wir können für 25 Tools keine Trainingskonzepte anbieten. Die müssen wir ja jeden Monat auch noch aktualisieren, weil das ja auch Evergreen Cloud Software as a Service ist. Also da gibt es viel schnellere Updates. Und ich muss das Ganze bei uns ja auch noch jeweils dann in 20 Sprachen übersetzen. Also diese Überforderung auf der linken Seite, die ist sehr, sehr omnipräsent. Jetzt kommt auch noch Corona und alles Mögliche dazu. Also ich kann total nachvollziehen, dass Leute, welche von euch sagen, hey, es ist mir echt zu viel. Das ist nicht, das sind schlechte Menschen. Also bitte, um das ganz richtig zu verstehen, sondern es ist ein Gefühl der Überforderung. Und auf der anderen Seite ein Lustgefühl nach mehr. Und die Frage ist, was ist zwischendrin, weil es sind keine anderen Menschen. Wie ihr jung wart, würde ich behaupten, die meisten von euch waren irgendwann auf der rechten Seite. In Form von, oh, ich will laufen lernen, ich will Fahrrad fahren lernen, ich will schwimmen lernen, ich will keine Ahnung. Wenn ihr zu Hause seid, würde ich vermuten, dass ihr eure Hobbys auch in dem Mindset der rechten Seite ausübt. Oh, da gibt es was Neues. Ob das Briefmarkensammeln, Fahrradfahren oder was sonst irgendwas ist, da saugt ihr Wissen auf wie ein Schwamm. Und auf der anderen Seite eher nicht so. Es ist natürlich total schwarz-weiß und natürlich nicht vollständig. Aber einfach mal so zwei, drei Dinge, die ganz explizit dafür stehen. Die linke Art, warum wir dieses negative Gespür haben, wie gesagt, jetzt mal losgelöst von den ganzen Dingen mit Corona und so weiter, ist, dass da immer ein Druck dahinter ist. Ich muss immer beweisen, dass ich was gelernt habe. Ich muss eine Menge schaffen und so weiter. Während dieses spielerische, gemeinsam entdeckten Forschende Lernen eher dessen geht, ich will die Welt verstehen. Ich will es. Wie kommen wir da hin? Lassen wir uns mal einen kleinen Selbsttest machen, dass ihr selber euch einschätzen könnt, wie seid ihr denn da unterwegs? Growth Mindset hat vielleicht der eine oder andere schon gehört bei Working Out Loud. Das ist eine Methode, um sich fürs digitale Zeitalter auch fit zu machen, ist das ganz stark im Fokus. Growth Mindset meint mit, habe ich eine fragende Haltung? Habe ich ein Interesse an der Welt? Selbsttest. Jammer, soziale Netzwerke. Was ist das Erste, was euch in den Kopf kommt? Schon wieder ein Tool? Ich habe doch schon E-Mail. Oder, oh cool, was könnte ich denn damit machen? Blockchain. Wer von euch hat schon Bitcoin oder andere Kryptowährungen? Wer hat sich mal angeschaut, wie man Verträge heute auch abschließen kann? Oder wer sagt, oh, ganz schlimmes Ding. Implantate. Wer von euch hat ein Implantat? Wer von euch hat schon mal drüber nachgedacht? Ich sage nicht, holt euch ein Implantat. Sondern die Frage ist, wenn ich Growth Mindset habe, dann gehe ich her und sage, aha, es gibt Implantate. Die eine Seite sagt, oh nee, das ist bestimmt gefährlich, das ist Datenschutz und dafür einen tausend Gründe ein, warum man da gar nicht erst anfängt. In Klammern, ohne genug darüber zu wissen. Oder bin ich auf der anderen Seite unterwegs, wo ich sage, hey, wofür kann ich das überhaupt brauchen? Wer unterstützt denn das? Welche Werkzeuge gibt es dafür? Tut das weh? Wie kann ich es wieder rausmachen? Ja, welche Daten werden denn da gespeichert? Ihr merkt schon, also das eine und dasselbe Thema. Entweder ich gehe ran mit einer ablehnenden Haltung oder ich gehe ran mit einem, ja, ich interessiere mich erst mal dafür und entscheide dann, wenn ich gelernt habe, was es bedeutet, will ich das oder will ich es nicht? Und habe dann aber wirklich gute Gründe. Virtual Reality, Augmented Reality. Habt ihr sowas schon zu Hause? Oder sagt ihr, nee, aus ganz bewussten Gründen. Und zwar nicht, ich habe mal gehört von jemandem, sondern ich habe mir wirklich Zeit genommen. Moment, ich habe Sachen gelesen, ich habe eine Meinung dazu, die ich wirklich auch gut begründen kann. Elektromobilität oder Mobilität, das Gleiche oder eben Biohacking. Es gibt ein so großes Feld von Themen, da könnte man sagen, ja, das interessiert mich alles nicht. Ich sage euch aber gleich, warum es euch interessieren sollte. Vielleicht kennt ihr so dieses Bild. Ich habe bei Change Management immer so ein bisschen so die Sorge gehabt, wenn wir von Veränderung, von Organisationsentwicklung reden, da denken sich so ein paar Leute was aus und es wird dann ausgerollt. Unsere menschliche Haltung, die ist entweder so, das würde ich jetzt instinktiv nennen, wenn ich den Hauch des Tigers im Gesicht spüre, dann nehme ich die Hände in die Hand. Dann ist es quasi unausweichlich. Aber wenn ich irgendwo in der Ferne einen Baum sehe, wo die Vögel hochfliegen, dann könnte ich ja schon mal ganz gemächlich loslaufen und mir einen Vorsprung erarbeiten. Und das ist das, wofür ich werben möchte. Und das würde ich ein Lernen nennen. Wenn ich anfange bei den ersten Anzeichen ganz, ganz kleine Zeiten investieren und sage, hey, mal zehn Minuten am Tag was anschauen dazu, dann kriege ich schon eine ganz andere, einen anderen Background, um an solchen Themen dann zu arbeiten und zu wissen, hey, macht es Sinn? Sollte ich jetzt weglaufen oder kann ich hier ganz gemütlich stehen bleiben? Weil ich habe einfach eine gewisse Grundbildung. Also es ist eure eigene Entscheidung, ob das, was da gerade mit euch passiert, total schlaucht und zu vieles also als Revolution empfunden wird, als Disruption. Oder ob ihr sagt, nee, ich mache jeden Tag meine zehn Minuten und damit wird es keine Revolution mehr, sondern es ist eine Evolution. Jeden Tag zehn Minuten übrigens wäre in einem Arbeitsjahr 42 Stunden. Zehn Minuten am Tag. Und ich zeige euch gleich, was ihr in diesen zehn Minuten auch machen könnt. Und ihr habt diese Zeit. Also wenn ihr das mal so auf dem Zeitstrahl anschaut, es gibt seit 1850 elektrische Autos. Es gibt seit ungefähr 1970er Jahren gibt es Videoconferencing. Ich habe selber meine erste Videoconferenz damals in Amerika 1996 gemacht. Wir reden heute noch davon, dass Videoconferencing schalte ich die Kamera aus oder an oder was mache ich und so weiter. Ganz ehrlich, wer würde sich in einem Live-Meeting hinter einer Pinnwand verstecken? Das macht kein Mensch. Also das ist doch ein zusätzlicher möglicher Kanal. Lasst uns lernen mit diesen Methoden, mit diesen Werkzeugen umgehen und deren Mehrwert nutzen und die Risiken auch zu verstehen und die entsprechend zu minimieren. Naja, was ist denn, wenn das Lernen eigentlich vielleicht gar nicht wichtig ist? Lasst uns das mal gemeinsam rausfinden. Ganz herzlichen Dank. Also das ist etwas, was und ich kann euch sagen, ihr seid damit komplett nicht alleine. Ich möchte es euch wirklich nochmal zeigen. Ich springe nochmal ganz kurz zurück. 98 von euch sagen, bis auf einen, Lernen ist mir wichtig. 108 sagen, ich habe es überhaupt gar nicht im Kalender drin. Und wenn ich es im Kalender drin hätte, dann würde ich es nicht verteidigen. Das heißt, alles andere, ganz ehrlich, und jetzt komme ich wieder zurück. Lernen ist wichtig, aber alles andere ist wichtiger. Wir haben das Gefühl, dass uns Lernen wichtig ist, aber wir tun nichts dafür. Und das ist jetzt kein Fingerpointing oder ihr macht da was falsch, sondern einfach in der Reflexion. Was müssen wir denn tun, damit Lernen so wichtig wird? Und jetzt zeige ich euch ein paar ganz praktische Beispiele noch. Ihr habt doch E-Mail. Warum brauchen wir jetzt noch Teams und Jammer und all das? Ich zeige euch mal, was passiert, wenn ihr mit E-Mail arbeitet. Also du hast eine Frage an zehn Kollegen. Du schreibst die per E-Mail. Also hast du eine E-Mail in deiner Outbox. Natürlich dann in den Mailboxen der anderen sind zehn E-Mails. Jetzt haben wir elf E-Mails. Was passiert natürlich? Einer stellt eine Rückfrage und natürlich an alle. Das heißt, jetzt sind wir bei 22 E-Mails. Jetzt musst du diese Rückfrage beantworten und natürlich an alle. Jetzt sind wir bei 33 E-Mails. Und jetzt kommt natürlich die ganze Antwort zurück. Hoffentlich drückt keiner mehr auf Reply to All. Das heißt, wir haben insgesamt 43 E-Mails erzeugt, wenn eine Frage an zehn Leute gestellt wird. Und es wurde nur ein einziges Mal rückgefragt. Und du hast noch nicht Danke gesagt. Man hat noch das Ergebnis nicht verteilt. Das ist das Minimum, was wir heute sehen. Und ihr stellt doch den ganzen Tag Fragen. Ihr fragt Reviews und so weiter an. Das ist ein Wahnsinn. Ich da pro Mail eine Minute nur rechne. Ihr habt es ja noch nicht archiviert. Ihr habt es noch nicht irgendwie in Ordner gelegt oder nachgeschaut. Das ist eine Dreiviertelstunde, die kaputt gegangen ist. So, jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal in Yammer oder in Teams Chat an. Ich schreibe einen Chat oder einen Blog. Jetzt kommt die Rückfrage als Kommentar. Ich kann auf Edit klicken und kann beim Blog oder im Chat natürlich diese Frage, die ich gestellt habe, editieren. Und jetzt kommen die ganzen Antworten. Entweder über den Like. Das kann ich natürlich vorher auch initiieren. Dass ich sage, wer Ja sagt oder wer zustimmt, drückt bitte auf den Like-Knopf. Und wer Nein sagt oder Fragen hat, schreibt es als Kommentar. Und hier unten, dieser Kommentar wurde sogar zweimal geliked. Ich kann ja auch Kommentare liken. Dann heißt es, dass dieser Kommentar für mehr als eine Person relevant war. Das heißt, ihr habt hier eine perfekte Konsolidierung und das Ganze hat keine elf Minuten gedauert. Das heißt, wer keine Zeit als Grund angibt, ich habe keine Zeit zu lernen. Naja, ich muss investieren am Anfang. Aber wenn ich das tue, dann werde ich auf einmal wahnsinnig effizient. Und kann dann mir eben diese Lernzeit auch erarbeiten. Lasst uns nochmal anschauen in einem anderen ganz klassischen Beispiel. Ihr habt ein Dokument und an diesem Dokument wollt ihr mit jemandem zusammenarbeiten. Das heißt, ihr habt dieses Ding auf eurer Festplatte. Version 1. Jetzt schickt er das jemandem per E-Mail. Dann ist es natürlich in eurer Outbox als erste Kopie. Dann ist es beim Empfänger in der Inbox als zweite Kopie. Der muss es sich runterladen, damit er es bearbeiten kann. Und er erzeugt eine zweite Version. Inzwischen haben wir schon viermal das Dokument. Er muss es wieder zurückschicken. Es ist in seiner Outbox, bei mir in der Inbox. Und dann habe ich es wieder als dritte Kopie, zweite Version auf meiner Festplatte. Merkt ihr, was das für ein Wahnsinn ist? Sieben Dokumente, weil einmal jemand drüber geschaut hat. Da waren jetzt keine drei Leute im Verteiler. Das waren jetzt nicht fünf Versionen oder sowas. Sondern es war nur ein einziges Mal, hat einer ein Dokument angepasst. Das ist Wahnsinn. Und deswegen findet auch keiner was. Deswegen haben wir riesige Bandbreitenprobleme. Deswegen weiß keiner mehr, welche Version die richtige war. Da gibt es dann Final Final Version 7. Wenn wir das Ganze in der Cloud machen, zum Beispiel eben über Yammer, über SharePoint oder über OneDrive speichern, dann bleibt es immer ein Dokument. Und jeder, der darauf zugreift, hat immer die neueste Version. Egal, wie viele Leute das machen oder wie oft. Lernt diese neuen Tools kennen. Lernt diese neuen Methoden kennen. Ihr spart euch Zeit ohne Ende. Wie sieht so eine digitale Lernreise aus? Ich habe eines gesagt noch, Social Learning ist mir was ganz Wichtiges. Von und miteinander lernen. Wie werde ich denn inspiriert? Was mache ich denn in diesen zehn Minuten? Und da habe ich euch so eine kleine Reise. Ganz konkret. Geht in Yammer rein, geht in LinkedIn rein oder ihr könnt auch Twitter oder irgendwas anderes nehmen. Aber ihr braucht ein soziales Netzwerk. Erstens, erstellt oder aktualisiert euer Profil. Wenn ihr nicht sichtbar seid, wer soll euch dann helfen? In Klammer, eine wichtige Sache von Lernen ist natürlich, sich zu trauen, Fragen zu stellen. Und wenn ich niemanden habe, dem ich Fragen stellen kann, ist schwierig. Das kann ich nur im Büro, kann ich das vielleicht leichter tun. Jetzt in der digitalen, in der Homeoffice-Welt wäre es natürlich toll, wenn ich ein großes Netzwerk habe. Das erhöht meine Chancen auf gute Antworten oder auf diversere Blickrichtungen in Perspektiven auf die Antworten. Also werdet sichtbar. Beobachtet andere. Was machen die denn so? Was posten die so? Was schreiben die? Wie antworten die? Und wenn ihr was findet, was euch nicht gefällt, hey, dann drückt einfach auf Dislike in Form von, mit dir will ich nicht mehr zusammen sein, in Form von, in meinem Netzwerk haben. Oder ihr folgt der Person nicht mehr. Ihr könnt ja entscheiden, wem folge ich, wem nicht. Dann vernetzt dich, baut dieses Netzwerk auf. Also das eine ist, ich folge jemandem, dann kriege nur ich die Informationen. Oder ich verknüpfe mich, verbinde mich mit jemandem. Dann kriegen wir beide einen näheren Kontakt hin und lernen voneinander. Ein Netzwerk ist unglaublich notwendig in der heutigen Welt. Das schadet auch nur dem, der keins hat. Dann seid neugierig, seid wertschätzend. Also wenn ihr was findet da draußen in LinkedIn, in Yammer, like das Zeug. Liken heißt nicht, ich liebe dich oder das ist was ganz Schlimmes. Das ist die einfachste Form von Feedback. Kleine Reise, Lernen von Feedback. Kein Feedback ist auch Feedback. Das heißt nämlich, du hast es umsonst gemacht. Dein Blogbeitrag ist nichts wert. Wenn ich in einem Klick mache, ich like es, dann kriege ich eine Rückmeldung. Ich kriege Wertschätzung für den, der sich die Gedanken gemacht hat. Wenn ich ihm mehr geben möchte, also Feedback kann ich auch staffeln. Ich kann sagen, danke als Kommentar ist schon wesentlich mehr wert als nur der Like-Knopf. Oder ich kann sagen, danke für und dann vielleicht nochmal bekräftigen, was mir denn an dem Beitrag gefallen hat. Oder ich kann meine eigene Meinung zu diesem Beitrag dazu schreiben oder noch weiteren Input oder Links dazu geben. Oder was dann quasi so eine sehr hohe Art des Feedbacks ist. Ich schreibe mir eigenen Artikel und referenziere auf den, der mich inspiriert hat. Also auch euer Feedback, sowohl intern als auch extern, macht einen riesen Unterschied und sorgt dafür, dass euer Netzwerk natürlich lebt, dass ihr eine Community habt, die ihr fragen könnt und die euch im besten Sinne sogar Antworten auf Fragen liefert, die ihr noch gar nicht gestellt habt. Auch das ist natürlich etwas, was ein gewisser Reifegrad dann ist. Bei mir im Enterprise Social Network, ich kriege Antworten von Leuten, weil ich meine Projekte, meine Themen sehr transparent mache. Wir wissen die Leute, was ich gerade mache und sagen, hey, wenn du das machst, schau doch mal dahin, die haben sowas schon mal gemacht. Ich spare unendlich Zeit damit. Teile Artikel von anderen. Klar, also das eine ist liken, direkte Rückmeldung geben. Das andere ist, ich teile es in meinem Namen, weil ich sage, hey, repost heißt das da auch, weil ich es für relevant halte. Und damit werde ich attraktiv natürlich wieder für Follower, die sagen, hey, wenn ich dem folge, dann kriege ich wertvollen Input. Und man wird attraktiv auch für die Experten, die sagen, hey, der scheint wirklich einen guten Background zu haben. Also wenn ich mal ein Thema habe, mit dem möchte ich reden. Mit dem vernetze ich mich. Und am Schluss natürlich teilt eigene Inhalte, baut eure digitale Reputation auf, weil damit werdet ihr jeden Tag inspiriert. Und wenn ihr das jeden Tag zehn Minuten macht, regelmäßig, gezielt, also nicht, ich gehe mal schnell auf Facebook und dann zwei Stunden später, die ganze Zeit, wo ist die hin? Nein, ganz gezielt zehn Minuten, ein Lernfrühstück zum Beispiel, bevor ihr in eure Mailbox reinschaut. Lasst euch inspirieren, was passiert da draußen in der Welt? Was ist denn Blockchain wirklich? Der hat da irgendwas erzählt von Biohacking. Ja, was machen denn die Leute da draußen? Wer macht denn sowas? Und dem folgt ihr dann und dann kriegt ihr vielleicht jede Woche so eine ganz kleine Dosis. Und wenn es dann kommt, dann könnt ihr euch hinstellen und sagen, ja, gut, also so viel ist möglich, aber die komplette Angst muss man vielleicht nicht haben oder an die oder die Sache, da muss man denken. Da würde ich mich dafür einsetzen und dafür nicht. So, zusammengefasst, Lernkompetenzen im Digitalzeitalter, Lernpräferenzen wirklich kennen, was, wie will ich lernen? Und ihr findet diese Lernsetups überall. Der eine lernt lieber mit YouTube, der andere braucht jemanden, der es ihnen zeigt. All das habt ihr mir ja auch gesagt. Nutzbar machen des Reichtums von Diversität. Ich höre oft wieder, dass es sagt, wenn wir die Leute alle fragen, was machen wir damit? Ja, das ist doch wunderbar. Je mehr Leute ich frage, umso besser kriege ich Feedback. Und ich habe es euch an dem E-Mail-Beispiel gezeigt. Ich mache das jetzt seit 2012 ungefähr. Ich stelle Fragen an 180.000 Leute und ich kriege ein konsolidiertes Feedback. Da haben dann halt 500 Leute einen Beitrag geliked. Ich kriege nicht 500 Beiträge, sondern einen mit 500 Likes. Und damit habe ich den Reichtum, die Diversität und die Relevanz der Diversität nutzbar gemacht. Neue Optionen nutzen. Aufbau von Reputation, Vertrauen und digitaler Wirkung, skalierbarer Wirkung. Orts- und Zeitunabhängig, das sind die Möglichkeiten, die wir da jetzt haben. Nutzt diese ganzen digitalen Möglichkeiten, baut Netzwerke auf und versteht, wie gesagt, diese ganzen Werkzeuge. Letzter Tipp, dann bin ich fertig. Micro-Learning. Wir haben ja von zehn Minuten gesprochen, da kann ich jetzt nichts ganz Großes machen. Und ich sage nicht, dass richtig Lernen oder sich mal in was vertiefen schlecht ist. Im Gegenteil. Aber dieses Social-Learning ist extrem hilfreich. Geht in eure regelmäßigen Meetings rein, reserviert fünf Minuten am Anfang und macht entweder selber oder lasst von anderen einen kurzen Impuls machen. Schau mal, so geht das so und so, so wie ich es euch gerade gezeigt habe mit diesem Like-Funktion. Das war es. Fünf Klicks, mehr nicht. Erregt Lust auf etwas. Lass es nicht diskutieren, wenn einer kommt, bringt mir aber nichts oder geht bei uns nicht. Ist nicht Thema dieser fünf Minuten. Und wer wissen will, wie es geht, klärt es außerhalb. Was macht es? Es dreht dieses Lehrerhafte, ich zeige euch, wie es geht und ihr müsst es lernen, um in ein, ich zeige euch was. Und wenn es euch interessiert, dann kommt nachher vorbei. Also Pull. Die Leute, die dann kommen, die wollen es wirklich wissen. Und damit bin ich eigentlich schon fertig. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Wir brauchen Vorbilder. Egal, ob ihr Führungskraft oder Mitarbeiter seid. Und lernen ist der Schlüssel im Endeffekt, um aus dem, ihr erinnert euch an das Bild, Gott, das ist alles zu viel, wie soll ich das noch schaffen, über, ich weiß, wie ich die Tools und welche Tools ich am besten einsetze. Ich kenne Leute, die ich fragen kann. Mein Netzwerk hilft mir, Risiken zu minimieren, hin zu einem, ey, cool, was da heute alles möglich ist. Jeder von uns hat hier so ein kleines Wurmloch in der Tasche. Lass uns damit wirklich die Welt zu dem machen, wie wir sie gerne hätten. Und damit quasi zurück ins Funkhaus. Vielen Dank. Also es gibt so ganz niederschwellige Möglichkeiten. Natürlich, man kann das Ding einfach nicht lernen nennen, sondern dann ist das irgendein wichtiges Meeting. Also einfach den Namen für diesen Blogger so reinschreiben. Also wenn ihr euren Kalender freigegeben habt, dass das für andere eigentlich klar ist, okay, den kann ich jetzt nicht überbuchen. Ein zweites ist, dass ihr euch einfach von Anfang an schon eine Antwort überlegt. Das heißt, was ist denn, wenn mich jemand anspricht und sagt, hey, was machst du da? Du surfst da gerade in Jammer rum. Du hast wohl nichts zu tun. Also solche Aussagen wird es wahrscheinlich bei euch auch geben, speziell im Büro, wenn dann jemand unterwegs ist oder sich ein TED-Talk anhört oder anschaut oder sich ein Podcast anhört. Also Lernen ist ja extrem vielschichtig geworden. Ich würde mir von Anfang an eine Frage überlegen, eine Antwort überlegen. Also eine könnte zum Beispiel sein, was machst du da? Hast du nichts zu tun? Aber ich sage doch, ich sorge dafür, dass ich morgen immer noch was zu tun habe. Also ich mache euch ein kleines Beispiel auch dazu. Wir haben die Menschen, glaube ich, in unseren Firmen extrem konditioniert auf Regelbefolgen, um Erlaubnisfragen, um Prozessen nacharbeiten. Also wir haben im Endeffekt Zäune gebaut und haben Schafe bekommen. Also nehmt mir das nicht übel, wenn ich diesen Vergleich mache. Aber es gibt ja immer so dieses, wenn die Schafe alle rumlaufen, du musst die Zäune bauen. Ja, das haben wir gemacht. Aber jetzt haben wir halt auch Schafe. Das heißt, jetzt machen die Leute nur noch das, was sie sollen. So, und jetzt wollen wir von ihnen Wertekonformität. Wir wollen Unternehmer tun. Wir wollen Ownership und all diese ganzen Buzzwords, die im Moment durch die Welt gehen. Aber wir bauen im Moment die Zäune noch nicht ab, weil wir Angst haben. Wenn ich jetzt sage, ja, jeder hat jetzt eine Stunde Lernzeit, dann kommt als nächstes, was soll ich denn da machen? Ich sage, Moment mal, wieso soll ich dir jetzt sagen, was du in deiner Lernzeit machst? So, und jetzt komme ich zurück auf die Prozesse. Der Wunsch natürlich von ganz vielen ist, dass jetzt jemand kommt und sagt, lerne das zu der Zeit in dem Tool um die Art und Weise. Am besten machst du hinterher noch eine Prüfung und kriegst auch noch ein Batch. Weil dann habe ich bewiesen, ich habe auch was gelernt. Und diese Prozesshaftigkeit, die haben wir ja natürlich in der Industrie sehr stark. Und jetzt male ich euch wirklich auch ein negatives Bild in der Richtung. Wenn ich alles beschreiben kann, wie, wann, wo, in welchem Tool ich mache, dann nennen wir das heute Algorithmus. Und einen Algorithmus werden in Zukunft sicher keine Menschen mehr machen, sondern Tools. Roboter, Computer, sonst irgendwas. Also je genauer ich beschreiben kann, was jemand zu tun hat, umso weniger wird es danach noch von einem Menschen gemacht werden. Das heißt, was wir als Menschen sozusagen jetzt wieder lernen müssen, uns freischwimmen müssen, ist quasi neugierig sein, Zusammenhänge finden und sagen, hey, bevor du mir sagst, was ich zu tun habe. Ich habe gar nicht um Erlaubnis gefragt, ich habe mir das mal angeeignet. Und wenn du dann sagst, wenn ein Chef kommt und sagt, wieso sitzt du jetzt gerade da und schaust dir den TED-Talk an? Weil das für meine und deine Zukunft essentiell ist. Wenn ich das nicht verstehe, wenn ich das nicht lerne, wie soll ich denn dann noch meinen Job machen? Um mich herum ändert sich die ganze Welt. Also dieses Verständnis, auch ein Selbstbewusstsein zu haben, zu sagen, ich lerne jetzt, ich lerne für mich und ich lerne für die Firma. Also das hat viel mit Mut vielleicht zu tun. Schon am Anfang ist es traurig, dass das Mut braucht. Aber ja, ich verstehe es, dass es so ist. Außerdem kann man es natürlich auch ein bisschen, wir nennen das bei uns Co-Invest. Also ich kann natürlich selber privat auch investieren sozusagen, dass ich sage, naja gut, ich mache halt zehn Minuten privat auch und ich mache zehn Minuten in der Firma. In der Firma lerne ich das, was ich direkt für meinen Job brauche. Da kann jetzt eher weniger jemand was dagegen haben. Und privat lerne ich das, was einfach so spannend ist in dieser Welt, um Zukunft zu haben sozusagen. Und tauscht euch aus, schließt euch an Gruppen an. Es gibt, wenn es gibt es eine große WOL, eine Working Out Loud Community, schließt euch da an. Das sind ganz viele Gleichgesinnte. Am besten ist es wirklich der Tipp, macht es gemeinsam, weil eine Gruppe greift mal schwerer an als ein Einzelnen. Das bringt mir diese Session was. Also ich glaube, das hat sich ja auch heute dynamisiert. Also es ist ja heute nicht mehr so, dass ich quasi ein halbes Jahr vorher ein Training buchen muss, 1000 Euro zahle und dann einen Tag lang irgendwo sitze. Und nach einem halben Tag feststelle, oh, das war es nicht. Sondern ich kann eigentlich in dem ganzen Social Learning, im ganzen Netzwerk, ich kann heute an jeder Universität der Welt, an den besten Universitäten der Welt kann ich heute kostenlos studieren. Also MOOCs, Yale, egal wo ich da hin will, ich kann nicht studieren. Und da weiß ich doch nach zehn Minuten lesen, ob das mir was bringt oder nicht. Und dann höre ich es halt wieder auf, wenn es nicht das Richtige ist. Also es gibt einmal natürlich die Filterblase. Also ich lerne die Dinge, die mit meinem Shop zu tun haben. Und aber ich versuche ganz bewusst auch aus meiner Filterblase rauszugehen. Ich gehe teilweise auch auf Kongresse, wo ich überhaupt nichts mit meinem Thema zu tun hat, weil ich glaube oder ich bin überzeugt davon, dass neben dem, ich sage jetzt mal dem Expertenwissen, das wir ja schon seit Jahren quasi fokussieren, ein Breitenwissen extrem wichtig ist. Also Generalisten brauchen wir in Zukunft sicher noch viel, viel mehr. Nicht als Experten, aber es gibt zu wenige Generalisten. Also das wäre ein riesiges Feld. Darum habe ich diese Bandbreite aufgemacht. Schaut euch doch mal Biohacking an. Schaut doch mal, was alles möglich ist heute. Und was vielleicht für euch persönlich oder für euren Shop dann sehr wichtig ist. Ich glaube nicht, dass man Leute und es gibt ja auch wissenschaftliche Beweise, dass man Leute von außen ganz schwer motivieren kann. Du kannst eine Rübe hinhalten. Du kannst sagen, hey, geht mal ins Training. Die beste Motivation ist, wenn die Führungskraft anfängt, selber zu lernen. Also wenn sie das in ihre Meetings reinmacht, so ein Microlearning zum Beispiel, wenn zum Beispiel die Führungskraft sagt, am Freitag machen wir eine Stunde lernen. Ich wähle mich ein in Teams und wer will, kann sich mit einwählen und wir lernen gemeinsam. Ja, gibt es da eine Agenda? Nein, gibt es nicht. Kann sich irgendjemand vorstellen, dass man in einer Stunde was lernt, wenn Leute ohne Agenda zusammenkommen? Na ja, was hast du letzte Woche gelernt? Ah, ich war gerade beim Sketchnoten. Ah, ich habe mal diesen Podcast gehört. Oh, auf LinkedIn habe ich gesehen, gibt es jetzt das und das. Da fängt einer an und automatisch entwickelt sich teilweise ein Gespräch. Die Führungskraft kann natürlich die Angst vielleicht nehmen und sagen, ja, ich werde nicht alles prüfen oder du musst es nicht nachweisen. Also das mache ich bei allen meinen Angeboten. Es gibt kein Einstellungstest, es gibt kein Assessment Center dafür, es gibt keine Prüfung hinten raus, sondern einfach nur die Lust am Lernen, das gemeinsame Erleben, Netzwerke aufbauen, über Diversität, also über Kulturen hinweg voneinander inspiriert werden. Das ist so selbsterfüllend, dass das, was dann stoffmäßig sozusagen rüberkommt, das ist einfach nur noch nebenbei. Also ja, der Chef kann die Freiheit geben. Er kann sagen, ja, ihr dürft lernen. Aber aus meiner Erfahrung, unsere Vorstände sagen auch natürlich die ganze Zeit, bitte lernt. Und dann hat man aber sein Tagesgeschäft und hat dann obendrauf noch die Sachen, die alle wichtig und dringend sind. Ich glaube, das geht darüber hinaus. Es muss Leute geben, idealerweise natürlich in allen Ebenen, die sagen, laut sagen, ich lerne jetzt. Und Yammer zum Beispiel, nur um den Fokus auch nochmal aufzubauen. Also es gibt kein besseres Lerntool im Moment als Yammer. Also nicht Yammer als Produkt. Ich bin jetzt hier nicht von Microsoft, sondern als Enterprise Social Network. Ja, weil darüber werde ich über die, da kann ich mich vernetzen, da kann ich voneinander lernen, da kann ich aus meinem Standort raus. Ich kann mich mit, über die Tags kann ich mich vernetzen mit Leuten, die ähnliche Kompetenzen haben oder Kompetenzen, die ich brauche. Ich kann mit denen in direkten Kontakt gehen. Das ist viel, viel einfacher als telefonieren oder irgendwas. Und wenn ihr anfangt, so ein bisschen euer Wissen zu teilen und damit meine ich nicht Doktorarbeiten, sondern ich meine, hey, habt gerade das gelernt. Hey, war gerade auf Dienstreise, wenn ihr mal da und da seid, denkt dran, bei eurer Bank Bescheid zu geben, sonst sperrt es euch die Karte. Keine Ahnung. Irgendwie so ganz kleine Sachen oder Shortcuts oder sowas, da regelmäßig immer mal wieder so einen kleinen Learn-Hack, Micro-Learning, was zu teilen, werdet ihr attraktiv für andere, vernetzt euch und kriegt von denen das dann mehrfach zurück. Jeder kann es anfangen. Also bitte wartet nicht darauf, dass euch ein Chef da hinschickt. Es ist eure Zukunft. Und das ist das, was mir so wichtig ist, dass wir eben nicht mehr darauf warten müssen, dass uns irgendjemand sagt, du musst es jetzt lernen, sonst kriegst du den Job nicht mehr. Früher hat man sich irgendwo beworben und musste Office-Kenntnisse nachweisen. Ganz ehrlich, heute würde ich von jedem, der bei mir arbeitet, verlangen, dass er sich mit Social Media auskennt. Ich meine nicht Facebook damit. Ich meine damit, wie kann ich mich vernetzen? Wie kann ich Netzwerke aufbauen? Wie kann ich meine Reputation verändern? Weil so jemand ganz anders lernen kann. Also macht das bitte gern. Ich stelle euch noch meinen Link rein. Wenn ihr wollt, können wir uns vernetzen, natürlich voneinander lernen. Muss nicht sein. Ist nur ein Angebot. Es ist eine tolle Welt da draußen. Und wenn wir nicht unseren Kindern, das ist vielleicht das letzte Statement in der Richtung. Wenn wir es schon nicht vielleicht für uns machen, wo wir sagen, ich bin da schon zu alt dafür. Wir sind die Generation. Wir übergeben da gerade etwas an eine nächste Generation. Damit fühle ich mich ehrlich gesagt nicht wohl. Wir haben da sehr, sehr viele Sachen aufgerissen. Die sind nicht erledigt. Die sind nicht in irgendeiner Form, in einem Zustand, wo man guten Gewissens sagen kann, hier meine elfjährige Tochter, das war die Welt, die ich dir gerne übergebe. Also lasst uns diese Welt noch gestalten. Und jetzt ist die Möglichkeit. Es gab nie mehr Möglichkeiten zu gestalten. Und um zu gestalten, muss man lernen. Und das kann auch sehr viel Spaß machen.